Um Punkt 23.57 Uhr kommen wir beim Firmengelände ab. Zack, zack. Alles ist genau getimt und bis ins kleinste Detail geplant. Ich fahre jetzt! Ich fahre jetzt! Nein, 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 nein! Aber ich bin noch nicht da! Ich... ich habe einen Plan. Es ist der genialste Plan, den wir jemals in Angriff genommen haben. Finnlands Königskrone. Im Wert von 32 Millionen schwedische Kronen. An wen verkaufen wir? Für wen hat der Stein den meisten Wert? ROLLO HOCH! Der reichste Mann Schwedens hat den fehlenden Stein am absolut sichersten Ort in ganz Schweden aufbewahrt. Jetzt wird es ernst. Dieser dicke Alte, der allein auf dem Dach zurückbleibt, soll ich das vielleicht sein? Aber sicher. Aha, alles klar. Wie junges Willen haben die geschafft, den Tresor zu knacken? Dann kann das ja leden. Töte ihn. Ich bin ganz schön. Das ist das. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Dafür brauchen wir... Polnische Mayonnaise. Ah. Schützt übrigens auch gut bei Explosionen, wissen Sie? Untertitelung des ZDF, 2020